So, na dann, liebe Leute, frohe Fest wünsche ich euch allen und meine Tochter wünscht euch den Bruch. Wir essen jetzt ein Weihnachtsfrühstück, weil heute Weihnachten ist. Morgen und Übermorgen. Und heute ist auch der vierte Advent. Ja, schau. Eine wundervolle Stimmung. Farararararara. Na, na, ja, ja. Schönen gucken und die Hände da und die Finger da. Tschüss Gabi. Guck dir mein Schatz. Jawoll. Tut ан. Na, na, na. Ja. Tada. Woll. So, Ahton. Leverwurst? Ach, Leverwurst willst du? Ja. Das war gerade echt schweißtreibend. Achso, da ist nicht genug. Wir machen ja alles extrem jetzt auf dem Kanal. Jetzt machen wir extrem frühstückig. Mit Missverständnissing. Frühstücking, Missverständnissing, extrem Kaffeetrinking, alles sowas. Wow, ein warmer Kaffee, da bin ich ja gar nicht gewohnt. Es ist ja fast wie im Winter. Es ist wie Pelle wegschlürfen. Mama mag keine Pelle. Mögt ihr Pelle auf der Milch? Magst du Pelle auf der Milch? Ja. Magst du Pelle auf der Milch? Warum nicht? Weißt du, was das ist? Nein. Ich weiß das. Magst du noch mal, wie süß die alle zusammen tanzen? Magst du Pelle auf der Milch? Nee, gar nicht. Warum nicht? Finde ich voll eklig. Wieso denn? Das ist so... Extrem Tebow's Ding. Ich hab auch Tebow. Die neue Serie auf meinem Kanal ist... Extreme. Ist ING. Am Ende. The new YouTube Series. The ING Series. Ahhhh. Ich hab kein was ausgemacht. Wir machen mit Special Effects und allen. Ich mach mir echt die Mühe jetzt. Dieses Jahr... Dieses Jahr wird nicht mehr. Aber nächstes Jahr wird ultimativ. Müssen wir ein paar Kameras vorher installieren. Und Feuer. Das ist unser Pyromeister sitzt der da. Das ist Pyromeister. Das ist Pyromeister. Das schafft es die Kerze anzuziehen. Wärst du so nett und würdest mir 60 Cent überweisen? Achtung! Special Effekt kommt. Oh! Da ist die Linse verbrannt. Oh mein Gott! So viel von Frühstücks ist der Müllers. Extrem leberbrustigen. Und es mal. Los beiß ab. Special Effekt. Jetzt bleibt der Bund hinter Zahn stecken im Boot. Der muss ja noch raus. Stimmt. Die machen wir heute raus. Extrem wackelig. Nnnnn. Was? Was? Was mehr? Noch mehr Leberwurst da drauf? Da drauf noch mehr Leberwurst? Schmier da Leberwurst drauf, Mali. Schmierst du jetzt bitte da Leberwurst drauf? Extrem Leberwurstding. Es ist auch voll nass. Natürlich nass. Es ist auch gleich weg. Das erste Mal, dass die ein Brötchen aufisst. Oh, ist das lecker. Guten Appetit. Guten Appetit. Was denn? Lecker, lecker. Doch, ist lecker, fein. Ham. Du wolltest es doch haben. Ham. 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 Du wirst lieber den Teller haben wollen. Ich weiß nicht. Oh, na wirst du. Mit welch Genuss. Ja, fein. Was ist das überhaupt noch älter? Die Schnoppe. Na, so lecker. Mhhh. Fuck yes. Mhhh. 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 Ich mach das doch Jahre mal her. Mhhh. 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 Das macht Marlies jetzt wieder. Mhhh. 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 Mhh. Mhhh. Sauber. Level. Round 3. Bravo. Aufgabe erfüllt. Kommt da alles wieder raus? Schön. So fein. Yeah. Da 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 da. Mehr. Alleine. Das sah doch vorhin noch ganz anders aus. Hab ich das gemacht und weiß das nur nicht mehr? Nein. Ich hab's gemacht. Ja, du hast es gemacht. Toll, wie du das schön kannst. Ganz toll. Ja. Es rührt. Ich bin nicht so... Fotogen. Du hast auch keine Fotos. Filmogen bist du. Nee, bin ich auch nicht. Ich finde das hier ganz schlimm aus. Stimmt allerdings. Ach, warte. Man kann sich die Frau nicht aussuchen. Weil sie immer geheiratet hat, dann muss man halt da durch bis zum Ende. Hier wünschte dich dran. Papa. Meine. So. Achtung. Achtung. Ja. Du musst den Apfel runter schießen. Du musst den Apfel runter schießen. Ja. Haha. Papa. Fast. Wäre eher nicht rund. Wäre eher nicht rund. Wäre eher nicht rund, hätte es geklappt. Ich hab's nicht wollt. Achtung. Hihi. Hihi. Gabi. Yeah. Who 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 who. Haha. Armbrust schießen. Gabi. Kochtopf. Ich will dir eine Frage stellen. Mach mal. Ziel? Zielen. Guck, wo du dann schießt. Ist einfach ganz leicht. Ich kann das tun. Ungefähr so. Mach. Drück. War ja nicht schlecht für auszuhüftet. So, jetzt aber auf den Kochtopf. Ich schütze dich. Na fast. Ich habe es gar gerettet. Ich bin der Beste. Guck, wo der Kochtopf ist. Wo ist der Kochtopf? Tiefer? Tiefer? Vorne tiefer. Vorne tiefer. Vorne tiefer heißt so. Ja, jetzt hast du ihn umgezogen. So, Weihnachten beginnt natürlich nicht. Dein Weihnachten ohne Weihnachtsshow von unserer Kinder. Ja. Oh. Okay, beginnt die Ballenstunde. Komm, Weihnachten. Jetzt ist es Anouk und danach ist. Er warst du. Mann. Sie sucht ihr Baby. Warte. Anouk, mein Mann. Vergesst du noch den Tarn? Ich mach doch den Tarn. Ach so, wir beide. Mann. 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 Okay, das ist weg. Mann. Aua. Hahaha. Warte, die hat in mein Haar? Ich hab mich gestoßen. Na, weiter. Blumen. Oh, Mann. Blumen. Skandertblumenfutter abgezogen. Keiner und Tommy. Anno? Anno? Au! Ah! Hans, was war? Ich könnte das auf den Boden machen. Keiner, verstanden. Oh! Achtung! Wunderbar! Na los! Das ist mein Korn ohne Rollen. Lass ihn doch holen. Das ist aus meinem Zimmer. Mama, da sind ein paar Tateien. Das ist die Barbie-Alme. Wie viel nimmt das Barbie? Aua! Was tut denn da so weh? Da bin ich hier drauf. Ich bin rüber gesprungen. Papa! Tate! Au! Ist die Tonstunde schon jetzt? Und jetzt noch mal die Ballettstunde. Jetzt noch mal die Ballettstunde. Zeig mal. Wow! Wow! Grazie! Oh! Der Sidekick ist das schön. Das war jetzt die Karate-Übung. Die Karate-Übung. Du bist auf! Das passt! Das passt da, glaube ich, nicht ganz gut. Auch mal zu. So wundervoll! Das habt ihr sehr schön gemacht! Tadaaa! Das ist die Sport-Karate! Das ist die Sport-Karate! Das ist die Sport-Karate! Okay, wir gucken die Karate schon. Auch dann wollen wir mal sehen. Karate! Ah! Kann ich machen! Hu! 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 Ha! Voll energisch! Ja! Ja! Lumen hat gewonnen! Ja! Tada! Jetzt die Sport-Stunde! Äh? Sport-Stunde! Aha! Na! Jetzt! Hu! Ah, die kommt! Hu! Ah! Sport-Stunde! Ei! 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 Ich vermisse mit Karate. Karate kann ich gut! Ich kann gar gut Karate! Hu! Oh, war na! Es macht alles nicht! Mach einfach leise! Ist einfach gut! Uh! Oh! Los! Los! Richtig! Oh! 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 Lutz dich, tralalalala. Mama, die nächste, nächste Dänder war sie ja zu weg. Hier wird jeder involviert. So schön und mild. Anno, was machst du denn da? Oh, du schmeißt hier alles runter. Und Rollerolle. 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 Das habt ihr so schön gemacht. Entdeckt in meinem Schrank. Sofort. Das ist eine schöne Vase. Dann haben wir wieder was zum... Du hast ja gleich sauber gemacht. Toll. Besuch kommt. Weihnachten. Weihnachten. Hallo Andrea. Geo. Okay. Die packen zusammen aus. Also Lumen, willst du das oder das? Das. Das oder das. Misere mit dieser Tony Boxhacken. Die ist absolut ausverkauft. Deutschlandweit. Bessert. Le Wüste. Die machen nichts anderes. Ich hab jetzt 5 Terabyte voll. als Leute, die nicht aufgepasst haben. Zu verklappen. Die machen nichts anderes. Das ist ein bisschen.